Mein Name ist Alles Heider. Meine Firma ist die Firma Grünquartrat. Wir machen einen ruhigen Garten zum Erholen, mit Lauben drinnen, Feuerbereich, Wasser. Es ist eigentlich alles drinnen, aber trotzdem sehr pflegeleicht. Die Menschen wollen wenig Arbeit, das sehen sie immer wieder. Teilweise wollen sie auch mit Gemüse und so, das hört man auch teilweise, aber trotzdem wenig Arbeit und erholen. Also ein grünes Wohnzimmer mehr oder weniger wollen sie. Wenn ihr ein grünes Wohnzimmer sehen wollt, dann kommt ihr zu uns in den Schaugarten am blühenden Österreich. Erleben auch Sie den Zauber neuer Schaugärten von 31. März bis 2. April in der Messe Wels.